So, hallo, wir machen weiter bei Hyrule Warriors. Und letztes Mal haben wir viele Kampfmissionen gemacht und die machen wir jetzt auch noch, wobei es jetzt diese speziellen Charakterkampfmissionen sind. Also, ne, ich habe sie als Duo-Missionen bezeichnet, weil sie immer den Charakter aus der Vergangenheit und den Charakter aus der Gegenwart beinhalten. Zum Beispiel der Zorn der Gerudo rein in die Masse. Ich könnte jetzt noch vorher trainieren, ich weiß, mache ich jetzt aber nicht. Sollten wir hinkriegen. Wären schon nicht so schlimme Kämpfe sein. Ansonsten können wir es ja immer noch umdrehen. Gerudo gibt es hier jetzt nicht zu suchen. Da habe ich mich schon vergewissert, bei keiner Mission waren die dabei. Passt also. Siege die Truppen des schwarzen Hinox, okay. So, wo ist, wo ist Kollegin? Hier. Dann kann die ja gleich mal da rein. Ihr seid mir zuwider. Ah, da ist er ja sogar schon. Der schwarze Hinox. Best Ding. Eigentlich können wir dann auch direkt zu ihm hinrennen, ne? Da brauchen wir gar nicht hier großartig rumwurschteln. Es war klar, dass ich nicht treffe. Schade. Toll. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Hey! Es ist Far5! Fass mich doch nicht! Das Schmerz! Es ist Far5! Ach, komm schon! Ja, sie ist halt nicht sonderlich stark, ne? Ihr Level ist ja grad 55 oder 56. Also es dauert halt einfach ein bisschen, bis er liegt. Ein trauriger Anblick. Aua, ich muss ein bisschen aufpassen auf meine Energie. Ja, komm. Gut. Jetzt aber, weg mit dir. Ja, naja, geht so. Wir laden kurz das A auf, falls wir sie nochmal brauchen sollten. Wir laden kurz das A auf, hab ich gesagt. Gut. Und schicken sie hier in die Masse und wechseln zu Ryu. Oder Riju. Riju, ja, ist okay. Soll auch erstmal ihr A aufladen. Ich legge genug Gegner hier. Ich krieg sie ordentlich Futter. Ich legge genug Gegner hier. Ich krieg sie ordentlich Futter. So, zweimal A. Sollte funktionieren. Oh, Bosa ist auch schon hier. Das geht fix. Da ist der zweite. Dann jetzt zweimal A und ab dafür. Los, Patricia. Auf den Weg. Eine wahre Gerudo verliert nie. Ja. Patrizia. Ah. 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 Zu spät. Schade. Zu spät. Oh, was soll's. Ähm. Stopp. What the heck? Okay, alles klar. Was war das denn? Für eine Attacke. Ja, ich spiel. Mach mit mir. So, offenbar war es das noch nicht. Okay. Ja. Los, Patricia. Hä? Auf den Weg. Riju. Hüpf. 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 Na komm. Also für die anderen Duo-Missionen werde ich die anderen Charaktere kurz ein bisschen leveln. Das ist ja furchtbar, wie lange die brauchen. So, das war das. Laden wir noch kurz unser A auf. Noch Gegner hier irgendwo. Ja. Mehr als genug zum Aufladen. Sehr schön. Okay. Dann Urbosa geht wieder mit hier rüber. Und wir auch. Also jetzt ein Blitz-Moblin, aber ich glaube, das ist egal. Das Schöne ist ja, Urbosa hat auch nochmal eine A-Attacke drin. Das heißt, sie kann eigentlich direkt da reingehen. Das war's immer noch nicht. Ein finaler Boss noch, ja? Okay. Nein, mit Wegen. Nein, zwei Finale-Boss. Oh, come on. Auf der anderen Seite ist auch nochmal eins aufgetaucht. Oh, come on. Ich hab's nicht getroffen. Ist das mein Ernst? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nice. Und du machst jetzt den Schnellangriff. Ich halte euch auf. Wenn ich die halt vernünftig steuern mal könnte, ey. Aber die kusten überall so wild rum, das ist... Ja, das ist echt komisch. Was ne Ansage. Sehr nice. Hä? Wieso konnte ich den nicht stoppen? Ist egal. Ich hab nichts abbekommen. Alles gut. Jetzt hab ich was abbekommen. Boah. Okay. Alla. Ist doch gut jetzt. Jetzt. Einmal noch. Ein Schild fehlt ihm noch. Okay, komm. Das war's. Nice. Das war's auf der Seite. So, dann kriegt sie noch einmal A aufgeladen. Sollten wir's hinkriegen, A aufzuladen. Spoiler, kriegen wir nicht hin. Da drüben sind aber nochmal Gegner. Ja, nice, nice, nice. Kommt mal her, ihr Schmischis. So, Nummer 1 ist aufgeladen. Hier auch noch eine Aufladung hin. Robosa geht derweil schon mal hier rüber. Zum Feuerhinux. Ja, es sind zu wenig Gegner, glaube ich. Ja, es sind zu wenig Gegner. Egal. Bisschen was haben wir aufgeladen. Ab dafür. Holen wir Robosa auf? Ja, lol. Ah, hier sind wieder Gegner. Hier sind noch ein paar Gegner. Sehr gut. Das war nicht, was ich wollte. Oh, lol. Sind das heiße Quellen, wo man Energie bekommt? Das ist ja witzig. Lol. Man kämpft einfach in den heißen Quellen und bekommt Energie. Das ist ja auch stabil. Das ist ja dann kinderleicht, der Kampf. Der Rest ist Kampf hier. Wenn man alles hier einfach in den Yo, alles klar. In den heißen Quellen kämpfen kann. Das dürfte ja gar kein Problem mehr sein. Aber gut, dass er sich nicht auch noch heilt, ne? Das wäre natürlich jetzt blöd. Wenn er das könnte. Nur Menschen mit einem reinen Herzen werden geheilt. So ist es. Das schaffe ich, oh wow. Ah, lad halt noch einmal A auf. Das ist mir doch nichts anderes, als dass du noch einmal A auflädst. Sind hier keine Gegner? Nee, okay. Das hat gut funktioniert. Ah, so geht's auch. Okay, das war's. Das war's. Okay, die Missionen sind recht lange, wenn man zu schwach ist. Ich level jetzt mal alle auf 70 hoch. Kann ja nicht sein, dass das so lange dauert. Okay. 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 Gut, da kommen keine neuen Missionen. Das war noch eine Befürchtung, dass nach den Missionen nochmal neue Missionen kommen. Das scheint nicht der Fall zu sein. So. 70. Wie viel kostest du auf 70? Oh shit, ich kann nicht alle auf 70 leveln. Ja, ich kann nicht mal 65 ist drin, dann machen wir halt erstmal alle auf 60. Wie komm wieder? Hä? Wie kommt wieder? Wie kommt wieder? War albern? Mifa ist fein, Sidon ist alles andere als fein. Passt, passt. Okay, na gut. Also auf 60 sind sie jetzt alle. Naja. Bisschen stärker, aber nicht ganz das Optimum, was ich wollte. Aber gut. Dann machen wir noch fix... Ja, ich wollte gerade sagen, machen wir noch die Mission mit dem zweiten Charakter, den ich am wenigsten gerne mag, vom Steuern. Na, das ist ihr der Dings. Ich rede nicht von Revali. Revali mag ich. Aber den anderen mag ich gar nicht. Ich glaube, ich versuche jetzt nur mit Revali zu spielen. Auch wenn es dann länger dauert. Aber der richtet mich auf der andere. Teba. Teba heißt er. Der fliegt so wild hin und her. Ich komme mit dem nicht klar. Ich komme mit dem nicht klar. Ich spiele Revali. Ich spiele Revali. Wird schon allzu lange dauern dann. Ja, so ist es wieder so ein Quatsch. Okay, der Orni-Hauptmann darf nicht fliehen. Na gut. So, hier. So, tschüss. Sehr schön. Einmal ein A aufladen. Okay, aber der eigentliche Kampf ist da hinten. Na gut. Gehen wir halt da hin. Äh, hierhin meine ich. Ah ja, hier ist Party, ich sehe schon. So langsam komm, ich entfahre! Sehr nice. Und mach dich weg. Das hat, glaube ich, nicht gereicht. Jetzt aber. Abflug. So, wo geht's weiter? Ein Wächter, okay. Äh, wo fliege ich denn hin? Ich denke, auch den kriege ich noch, ohne mein A einzusetzen. Nehmt, nehmt das! Ach, sie sind beide da. Ja, wenn sie beide da sind, dann könnte man vielleicht sogar... Yes, genau so. Die schön zusammenbringen. Ohne Gnade! Und beide wegzünden. Der Sieg geht auf mein Konto. Sehr nice. Der steht jetzt nämlich schon... Äh, na, der kann sich jetzt schon nicht mehr rühren. Nehmt das! Sich auch nur noch... Nur noch schwächen und das war's. Sehr gut. Kein Entkommen! Prima! Das war das. Da drüben ist nochmal Wächterzeug. Rahmen, die ich... Oh, mehr Gegner. Nice. Mehr Gegner bedeutet mehr A aufladen. Oha, der fliegt selber. Oha, hier ist der andere! Yo, äh, kommt mal weiter her. Ja. Ah, perfekt. Nicht ganz so perfekt. Okay, jetzt. Yes. Das machen wir gleich nochmal. Oha, Gnade! Der Sieg geht auf mein Konto. Hm. So, hier das nächste A aufladen. Was kommt jetzt? Noch mehr Wächter, okay. So langsam komme ich in Fahrt! Aber solange hier so viele Gegner sind, kann man das A halt sehr schnell und sehr schön aufladen. Und da kommen hier schon die Blitzwächter. Seht und staunend! Ohne Gnade! Du kannst nix mehr. Du stehst jetzt schon still. Keinen Kommen! Ah! Das war's! Und Abflug. Hier ist Schluss! Dann wieder A aufladen. Den nächsten Wächter verprügeln. So langsam komme ich in Fahrt! So läuft die Geschichte. Seht und staunend! Ohne Gnade! So, du kannst dich auch schon nicht mehr rühren. Auch dich muss ich jetzt nur noch runterprügeln. Sehr gut. Kommt noch was oder war's das? Gut! Perfekt! Das lief schon mal deutlich, deutlich angenehmer als der Gerudo-Kampf und damit ist die Theba-Geschichte auch weg. Bleiben noch Sidon und Daruk. Oder eher Mifa und Daruk. Irgendwas Spannendes dabei? Nö. Okay. Erstmal wieder Honig kaufen. Und dann wieder Honig kaufen. Und dann wieder Honig kaufen. Und dann wieder Honig kaufen. Und weiter mit Daruk und Dings. Dem anderen halt. Gott, wie heiß ist denn das wieder? Ich kann mir nie seinen Namen merken. Ich kann mir einfach nie seinen Namen merken. Ist auch egal. Wurscht. Na komm. Okay, das sieht unschön aus. Du bist auch hier, wo ich bin. Dann gehst du mal da hin. Feuer Leune, Silberner Leune, Blitzen. Okay, alles Leune. Na komm, geh zum Silbernen Leunen. Ich geh zu den anderen. So, guck mal kurz die Meute hier, dass wir unsere A schon mal aufladen. Ja, das Hauptfall, die darf nicht fallen. Jetzt geht der Scheiß schon los. Ich sehe, von allen Seiten kommen sie zum Hauptquartier. Okay. Ja, von allen Seiten kommen sie zum Hauptquartier. Oh Gott, der hält ja, oh Gott, der hält ja wieder aus. Na, das wird jetzt ein bisschen dauern. Ja, geh wieder da rein. Sehr gut. Geh in den Vorposten zurück. Aua. Ah, come on. Mit jedem Schlag. So, hier jetzt. God. Sehr gut. Wo ist er? Wie hoch bin ich gerade gezündet worden? Ich weiß, ich sage auch gezündet. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Vielleicht von YP. Der sagt es aber auch ein paar Mal. Könnte sein. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. So. Aber das reicht alles noch nicht. Nice, 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 nice. Nein, 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 nein. Zu spät. Oh shit, ich habe nichts mehr zu essen. Das ist nicht so, da habe ich nicht drauf geachtet. So, jetzt ist zumindest die erste Läune down. Aber ich habe ein bisschen Bedenken, dass das so abläuft, wie die anderen Kämpfe auch. Wo ja viel mehr... Äh... Gegner dann gekommen sind. Mit der Zeit. Jetzt nehmen wir erstmal schnell den Quatsch hier ein. Laden es A dabei auf. Alter, hör doch auf, mich zu treffen, du Pflaume. Was zur Hölle. Ich komme nicht weg. Jetzt. So, weg mit dir. Ja, das meinte ich. Jetzt geht es dann weiter mit den nächsten Truppen. Oh je. Ich werde das Hauptpartei aber noch nicht verteidigen. Ich gehe erstmal weiter. Weil ich es kann. Und zwar zum nächsten Läune. Nice, der ist noch reingerannt. Sehr cool. Ich fühle mich ganz kribbelig. Nimm das. Wie ist das hier, mit? Nimm das. Wie ist das hier, mit? Ah, ich muss nicht böse auf meine Energie aufpassen. Ich muss böse auf meine Energie aufpassen, ey. Sehr gut. Alter, wieso zieht es den immer so hoch? Aber nice, er hat noch eine A-Attacke bekommen. Sehr gut. Wisst這一atiff. Nice. Nice. Kom schon. Kom schon. Kom schon. Nein. Ich finde nur noch eins. Ein. Ein Zusatz. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Bomben. 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 Das war die falsche Attacke. Hilfe. Hilfe. Nee, das sieht gar nicht gut aus. Ähm. Wow. Da ist der Elektro-Pyromagus. Äh, ja, wir wechseln mal erstmal hier. Mach du erst mal weiter, Kollege. Alles cool. Ich hoffe, da auch gefällt jetzt nicht zwischen drin, weil er jetzt halt schwach ist. Ich weiß nicht, ob er jetzt fallen kann. Das wäre nicht so cool. Oh, wow. Oh, wow. Oh. Jetzt ist Schluss. Mach keinen Ärger. So. Eis A verfluckt nochmal. Oh, was tue ich denn? Oh mein Gott! Nein, Energie. Oh je, das geht schief. Das geht komplett schief. Nee. Das ist jetzt gerade ganz schlecht. Ich muss hier, ich muss hier weg. Ich hab so... Oh Gott, ich komm nicht weg! Ich hab so keine Chance. Wie komm ich jetzt an Energie ran? Ich hätte vorher irgendwas... Okay, wir müssen es anders machen. Ich weiß wie. Vielleicht. Äh. Komm ich bis hin? Jetzt kracht's! Ob ich das schaffe? Das hat nicht funktioniert. Ich kann mit Darroch nicht einfach... Oh, falsche Richtung. Äh. Wobei, vielleicht ist es gar nicht so blöd, wenn er erstmal den Feuermagos auseinander nimmt. Den kann er relativ easy auseinander nehmen. Und jetzt? Lass mich ab! Hehehe! Vielleicht bringt der ja... Ja! Das ist ein Problem! Ach nee, das ist die Feuermagie. Die haben wir voll. Okay. Aber hier im Hauptquartier... Oh, hier kann man super sein A aufladen! Oh, das ist ja großartig! Einmal durchs Hauptquartier durchsteppen und schon ist das A aufgeladen. Sehr gut. So, wo ist jetzt der Leunentyp, den ich einnehmen muss? Oh, das ist ja großartig! So, wo ist jetzt der Leunentyp, den ich einnehmen muss? So, wo ist jetzt der Leunentyp! So, wo ist der Leunalityp, den ich einnehmen muss? Sehr gut. Sehr gut. rias! Na ja! 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 Sehr gut. Nice. Nice. Das sieht doch schon deutlich besser aus. Den sollten wir diesmal legen können. Ah, ein bisschen Ausweichen wollte ich gerade noch sagen. Komm schon. Yes. Okay, das war der Leune. Jetzt zum Vorposten. Ja, du kannst mich mal. Das ist überhaupt nicht das Problem. Sehr schön. So, dann haben wir den Posten auch eingenommen. Bleibt noch der Posten mit dem schlimbernden Leunen. Wo ich Unobo schon hingeschickt habe. Ist anwesend. So, auch diesmal machen wir das gleich richtig. Schön mit Magie und Kram. Nice. Ja, es gefällt ihm total. Siehst du doch. So, Daruk hat sein A gleich wieder voll. Nice. Nice. Eis, Eis, Eier hat zu spät. Was soll's. Das war nicht, was ich wollte. Das war auch nicht, was ich wollte. Das war auch nicht, was ich wollte. Das war auch nicht, was ich wollte. Sehr nice. Sehr nice. Und weg mit dir. Ich hoffe, da kommt sich noch mehr Monster nach. Das reicht mir für die Mission. Yes. Ja, aber echt. Das habe ich mir auch gerade gedacht, Junovo. Das habe ich mir auch gerade gedacht. So, eine Mission haben wir noch. Ich gehe noch rein. Mit Mifa und Sidon sollten die Kämpfe doch eigentlich echt okay gehen. Schauen wir halt mal, was kommt. Okay, nichts Brauchbares. Nichts Brauchbares. Nichts Brauchbares. Okay, Abflug. Noch schnell in den Mifa und Sidon Kampf. In der Hoffnung, dass der so schnell geht wie der Rivali und Teba Kampf. Und nichts so läuft wie jetzt gerade eben. Und dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Letzte Mission. Ah, ich hätte meine Highlight-Items aufstocken sollen. Scheiße. Ich hätte meine Highlight-Items aufstocken sollen. Habe ich vergessen. Was soll's. Kriegen wir auch so hin. Easy. Nicht. Wobei ich jetzt ja doch nicht mehr alle verbraucht habe. Ich bin ja Game Over gegangen, als ich sie verbraucht hatte. Das heißt, ich müsste ja wieder zwei Aufladungen haben, theoretisch notfalls. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was die Mission bringt. Und go. Oh Gott, riesige Map. Willst du mich verarschen? Okay. Ich nehme mal, ich muss sowieso hier hin. Silberner Leune. Und Glatziroch. Dann gehen wir erstmal da hin mit Sidon. Auf jeden Fall geht er in die andere Richtung. Kühl dich mal ab, Kollege. Sehr nice. Amipa ist attackentechnisch schon ordentlich drauf, also muss man sagen. Wir waren siegreich. Kommt mal eher in die Mitte, Kollegen. Irgendwas lustiges zeigen. Ja, komm her mit. Komm her rüber. Komm. Husch husch. Ja, kennt ihr den Trick schon? Ich darf mich verlieren. Tschüss. Die Musik ist so episch. Die Musik muss man einfach lieben. So. Weg mit ihr. Okay. Und weiter. Die nehme ich auch noch schnell mit. Weg mit dir. Gott. Schnell noch ein bisschen A aufladen. Zumindest ein Stück. Wo wir an den Magmarokken kommen. Okay. Los geht's. Moin. Servus. Moin. Das war nicht, was ich wollte. Das war nicht, was ich wollte. Bombe. 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 Du sagst dir jetzt nicht mehr. Ja, zu spät, Mipa. Ja. 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 Keine zurückhaltung. Ja. Nice. Ja. 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 Der geht ja komplett down, ohne dass wir einmal A einsetzen müssen. Das ist sehr gut, weil dann haben wir das A noch für drüben. Jetzt aber. Nice. So, das war das. Sehr schön. Gut, jetzt folgendes. Mipha geht... Ja, hier hin, logischerweise. Gucken, ob Tridon ihn erledigt, bis Mipha da ist. Macht euch bereit! Aber Tridon hat halt jetzt kein aufgeladenes A. Aber Tridon hat auch ordentlich Attacken, also kann man nix sagen. Kann man nix sagen. Tridon haut auch schon ordentlich rein. Ja. Hopp. Näh. Hey. Nimm diesen! Ja. An. Heia! Jetzt gilt es! Hopp. Das war nicht so gut. Ja. Ja. Aufgepasst! Hopp. Ja. Ja. Hey. Ha. Eh. So, der ist gleich down. Opfertier kann mich mal, das kriegen wir hin. Haben wir die letzten Male auch überhaupt nicht verteidigen müssen. War alles in Ordnung. Sehr gut. Dann kann Mipha jetzt auch voranschreiten bis zum 9. Zidon geht auch schon mal los. So, als andere interessiert mich nicht. Ins Gesicht. Woosch. Woosch. Nice. Wenn Mipha erstmal hier ist, hat sie noch zweimal A dabei. Das sollte funktionieren. In der Hoffnung, dass da nicht noch mehr Gegner kommen und die Mission dann wirklich zu Ende ist. Sonst müsste ich mich vielleicht schon langsam ums Hauptquartier kümmern, aber ich denke, noch sind wir ganz gut im Rahmen, dass es nicht schon gleich fallen wird. Das ist doch nicht immer eine Warnung aufgetaucht. Okay, Mipha, na? Ja. Tschüss. War's das? Komm schon. Komm schon. Geht doch. Oh yes. Absolut. Gut. Prima. Alle vier Missionen in einem Part gemacht. Geht doch. Sehr schön. Passt. Nichts Brauchbares. Nichts Brauchbares. Nichts Brauchbares. Puh. Jetzt bleibt wieder nur noch die Schlussmission. Wenn jetzt nicht 3000 neue Missionen auftauchen, dann bleibt nur noch die Schlussmission. Die mach ich dann aber in der neuen Aufnahmesession. Nein! Vielfaltige Bedrohung. Zwei Crocs. Okay. Zukunft Hyrols. Oh, okay. Alle Zukunftkämpfer. Alle Zukunftkämpfer. Interessant. Interessant. Ach, man muss gegen Mifah, Darok, Rivali und Urbosa kämpfen. Okay. So, als würden die jetzt trainieren wollen oder sowas. Okay. Und dann haben wir hier noch... Es zieht uns Octorokjard. Was ist das denn? Das sieht ja wild aus. Okay. Ja gut. Drei neue Missionen einfach aufgetaucht. Wieder mal. Und zwar eine davon beinhaltet zwei Crocs. Die allerdings scheint eine zu sein, wo ich alles... Also wo ich jeden einsetzen kann. Perfekt. Dann Kämpfer hier mit Kling. Zelda. Ich werde diese Kraft zum Wohler alle annutzen. Und... Ich werde die Prinzessin beschützen. Mifah. Ich möchte für alle nur das Beste. Aber natürlich nicht mehr jetzt. Nicht mehr heute. Nicht in dieser Aufnahmesession. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss. Und die Hauptmission muss noch ein bisschen bannen. Und ich denke... Ich bin bei euch jetzt... Wenn ihrqühmt... Ich bin bei euch jetzt läppert... Es ruft zum dann zum Jahr. Ich bin bei euch jetzt noch ein bisschen... Olli-Wohler. Der, der 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 da aus. Der, der 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 dem da... Dämmert. Is das ein paar Tage zu practitioners. Die, die, die... Oder. Ich bin bei euch jetzt... Der, der 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 da... Lieber in Anziehungsange Raise. Die, der der der... Der, der der der...